Ich habe mich ein bisschen freigemacht, weil YouTube sind Freunde drauf, die wollen meine neuen Tattoos sehen. Ich habe mir jüdische Tattoos stehen lassen, eine Entwurfe, eine alte jüdische Harfe mit einer Gelande von Chemlachs. Oben drüber steht Forget You, das ist mein Lieblingssong, der ist auch auf der YouTube-Seite drauf. Hier ist ein Triangel, ein Eich-Triangel und hier sind die zwei Hände mit der Hose, die zwei Hände sind gepesselt. Das steht für Nordirland, also Freiheit für Nordirland, das kommt dann mit mir rüber. Und hier, also ich kann, ich mache keinen Strip jetzt, aber könnt ihr das sehen? Mein Herbst steht ihrig. Ja, und das in Gerlich. Alles Entwurfe von mir. Das hat nicht jeder. Und so wie ich die Musik spiele, spielt sich ja sowieso auch keiner. Also passt so zusammen. Jetzt habe ich Freunde. Ich habe mal eine Frage. Ich habe hier sonst in etwa so einen Kopf. Ich habe einfach den Song mitgebracht, den Blauen Wind. Dann habe ich dieses irische Lied, Alex Grober. Dann habe ich dieses englische Lied, Amazing Grace. Und dann ist, wo, 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 was war das noch? Das reicht schon, wa? Na ja, dann braucht er keins aussuchen, dann kriegt er dieses. So, ne? Jetzt würde ich erst mal sagen, ein Grober. Oh, ja! Oh! Vielen Dank. 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 Ja, wunderbar. Vielen Dank. ... 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